Im Video über russische Rohstoffaktien haben wir auch einige russische Goldhersteller gesehen. Die Frage, die sich nun stellt, ist, sind alle russischen Goldhersteller genauso überbewertet durch den Anstieg des Goldpreises wie überall sonst auf der Welt oder gibt es vielleicht interessante Gelegenheiten? Daher wollen wir uns in diesem Video einmal speziell den Hersteller Polymetal International anschauen im Vergleich mit den restlichen Aktien. Hallo, herzlich willkommen zu Outside Invest, dem neuen YouTube-Kanal für Einkommensinvestoren. Bezüglich der weltweiten Goldproduktion steht China am ersten Platz, gefolgt von Russland bereits. Danach kommen Australien, Vereinigte Staaten und Kanada. Dabei hat Russland im Jahr 2019 Australien überholt. Chinas Produktion sinkt, während Russlands Produktion eher steigt. Das könnte doch interessant sein. Mit Abstand der größte Goldproduzent in Russland ist Polyus. Nummer zwei, schon Polymetal, gefolgt von Kinross, Petropavlovsk etc. Rechts seht ihr, dass es relativ viele Firmen gibt, die in Russland Gold produzieren. Auffällig darunter ist es, dass es nicht besonders viele russische Firmen gibt, sondern viele, die eben aus Großbritannien eigentlich einen ihren Sitz haben, aber Minen in Russland betreiben. Polymetal unter anderem ist auch in Zypern, andere Firmen sind in Großbritannien oder in anderen Ländern im Prinzip ansässig. Far East Development Fund ist eine russische Organisation, die zusammen mit China Gold auch in Russland tätig ist. Heute fokussieren wir uns auf Polymetal. Welche Vor- und Nachteile hat nun die Goldförderung in Russland gegenüber anderen Ländern? Nun, zum einen ist zu bemerken, dass die Erzqualität teilweise etwas niedriger ist als in anderen Ländern und dadurch gibt es relativ hohe Kosten für die Verarbeitung. Aber trotzdem sind die Produktionskosten, also pro Unse Gold oder Goldäquivalent, ziemlich niedrig im internationalen Vergleich. Dafür hat das Land gute Reserven, eine steigende Produktion, es gibt über ganz Russland verteilt und Kasachstan auch Goldminen, das heißt eine gute räumliche Diversifikation, viele neue Projekte von den verschiedenen Herstellern und auch Modernisierungsprojekte. Diese sind auch notwendig, da natürlich die Infrastruktur in Russland ein Problem darstellt. Es ist ein riesiges Land, viele menschenleere Gebiete, wo auch Gold gefördert wird und dadurch hat man natürlich einen relativ hohen Aufwand für den Transport, braucht viele Transportfahrzeuge etc. und hat natürlich auch das Problem der Energieversorgung, muss also teilweise wirklich Stromleitungen eben zu den Minen gelegt werden, um diese in Betrieb zu nehmen. Dadurch natürlich auch generell relativ hohe Kosten für Ausrüstung, unter anderem auch natürlich durch das winterliche Klima, das es teilweise gibt. Trotzdem ist zu sehen in den Investorenmaterialien, dass es durchaus einen Fokus auf Umweltschutz und Sustainability und Gesundheit etc. gibt und die Zahlen für Unverletzter teilweise relativ niedrig sind. Also durchaus eine moderne Produktion, auch in Russland. Dann werfen wir mal einen Blick auf Polymetal. Polymetal, Ticker Poly, wird gehandelt an der russischen Stock Exchange, Moex, und an der London Stock Exchange, LSE, in Rubel oder Great Britain, Pence. Was auffällt ist, die ISIN ist JE für Jersey, also Kanalinsel. Nun, was wird das für einen Grund haben? Ich wette, das hat was mit Steuern zu tun. Aber den Investor wird es sicherlich freuen, denn dadurch spart man sich die Stamp-Tag-Duty-Tags an der London Stock Exchange. Die Anzahl ausstehender Aktien ist nicht zurückgegangen wirklich, sondern eher etwas gestiegen. Das lässt darauf schließen, dass es keine Share-Buybacks gab. Von der Shareholder-Struktur, 24% gehören der ICT-Group, dahinter steckt der Oligarch Alexander Nessis, übrigens der Gründer von Polymetal ursprünglich. Ein erfreulich hoher Anteil, nämlich 75%, sind Free-Float für institutionelle und private Investoren. Und auch die Gesamtmenge der frei verfügbaren Aktien ist relativ hoch, im Gegensatz zu vielen Aktien, die wir bevor gesehen haben, die staatlich kontrolliert sind, wo man nur teilweise 20, maximal 30% Free-Float hatte. Polymetal ist in insgesamt neun Regionen tätig. Jede dieser Regionen hat auch mehrere Minen. Diese sind, wie man sieht, über ganz Russland und auch Kasachstan verstreut. Dabei sind auch neue Projekte, die momentan in der Exploration sind. Wichtig zu wissen ist dabei, dass dies nicht nur Goldminen sind, sondern Polymetal fördert auch Silber, Platin und Platinmetalle, Palladium und ähnliche Metalle. Das heißt, auch nicht nur bezüglich der räumlichen Diversifikation ist Polymetal sehr gut aufgestellt, sondern auch bezüglich der Diversifikation unterschiedlicher Metalle. Weil, sollte mal der Goldpreis nicht steigen, sondern die Gold-Silber-Relation sich verbessern und Silber hochgehen, oder Platin, wird man hier eben auch davon profitieren. Insbesondere der Silberanteil ist meines Erachtens sehr interessant. Eine wichtige Vergleichszahl für die verschiedenen Produkteure ist dabei die Reinheit des Golderzes, gemessen in Gramm pro Tonne Gold-Äquivalent. Wie man sieht, ist im Vergleich zu Polyus und Petropavlosk, aber auch zu Herstellern wie Kinross, ganz rechts, oder Barrick Gold, Polymetal hier mit einem sehr guten Wert vertreten. Dieser Reinheitsgrad wirkt sich natürlich auf die Kosten auf und die effizienteste Ausbeutung der Minen. Auch diese Darstellung zeigt positiv die Entwicklung der Reserven pro Anteil, year over year. Auch hier sieht man, Polyus hat weniger Reserven als das letzte Jahr, Petropavlosk noch etwas weniger und Polymetal hat deutlich mehr Goldreserven als das letzte Jahr, was natürlich sehr positiv ist für die zukünftige Einkommensentwicklung. Werfen wir einen Blick auf die Kostensituation. Links All-in-Sustaining-Cash-Cost, also der Preis pro Unse Gold, die gefördert wird mit allem inklusive. Auch hier ist Polymetal sehr gut aufgestellt, mit 880 Dollar pro Unse. Bei einem Goldpreis von über 1200 oder 1300 hat man hier eine sehr hohe Marge drin. Nur besser ist Polyus. Bei der Änderung der Kosten über die Jahre, auch hier hat Polymetal sogar eine leichte Verbesserung der Kostenstruktur, während Polyus und andere hier mehr Kosten als in der Vergangenheit zu schultern hatten. Der Umsatz konnte zum Vorjahr deutlich gesteigert werden um 26%. Dem Goldpreis sei Dank. Also schauen wir uns die Dividende an. Polymetal hat eine Dividenden-Policy, dass mindestens 50% des Nettoeinkommens ausgeschüttet werden. Teilweise gibt es sogar Spezial-Dividenden. Price-Earning-Ratio ist zwischen 14 und 15 und Dividenden-Yield ungefähr zwischen 3,5 und 4,5%. Hier befindet man sich zwar nicht an der Spitze, Polyus hat eine höhere Dividenden-Rendite, weil diese teilweise auch mehr von ihrem Net-Income ausschütten, aber es ist nicht schlecht, aber auch nicht extrem toll. Das wird sich auf die lange Frisch zeigen, ob hier eine Steigerung zu erwarten ist. Andere Goldhersteller, wie z.B. ganz rechts Petro Pavlovs, zeilen gar keine Dividende momentan. Werfen wir einen Blick auf die Bilanz. Soweit sind Revenues etc. in Ordnung. Free Cashflow ist sogar gestiegen. Die Dividende wird ungefähr wie die vorherige sein, trotz Corona. Die Schulden sind leicht gesunken. Der Wert Net-Debt zu EBIT da ist von 1,4 auf 1,3 gesunken. Klingt erstmal gut. Allerdings muss man dazu wissen, dass Polyus mehr Schulden hatte als Polymetal, diese aber deutlich stärker senken konnte und auf einen Wert von 0,7 kommt. Also hier ist nur eine kleine Verbesserung zu spüren. Das Verhältnis Assets zu Schulden sind bei Polymetal ungefähr 1,6. Das heißt, die Schuldenlast ist nicht erdrückend. Das ist okay, wenn auch nicht perfekt. Schulden sind definitiv das Thema, was am ehesten stört in der ganzen Entwicklung der Bilanz. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Preis. Wie hat der sich entwickelt? Nun, alle Goldförderer sind ziemlich gestiegen. Diese Anzeige ist über fünf Jahre übrigens. Polymetal ist die blaue Linie im Vergleich zu Polyus, Petropavlovsk und Seligdar. Also zwei kleinere. Polyus, der rote, Petropavlovsk, türkis und Seligdar, der lila Linie entsprechend. Was man sehen kann, ist, dass Polymetal sich von allen diesen Werten prozentual am wenigsten weit nach oben entwickelt hat. Obwohl Polyus eigentlich größer ist. Bei den kleinen Werten wie Seligdar oder Petropavlovsk würde man es noch verstehen. Small Caps Faktor gewissermaßen. Aber Polymetal ist hier deutlich zurückgeblieben. Und die Frage stellt sich, warum? Die abschließende Frage stellt sich also, gibt es hier vielleicht einen Investment Case? Lohnt sich der Kauf von Polymetal? Nun, der Preis ist definitiv attraktiv im Gegensatz zu den anderen russischen Goldförderern und natürlich auch dem allgemeinen Markt. Alle Goldförderer sind völlig übergewertet heutzutage. Schuldenlast ist zwar okay, aber hätte stärker gesenkt werden können, aber akzeptabel. Die Firma hat eine gute Diversifikation, was a Metalle angeht, als auch die räumliche Diversifikation in Russland. Wobei viele der Goldhersteller, die wir zuerst erwähnt hatten, teilweise auch im Ausland, also nicht nur in Kasachstan, sondern im richtigen Ausland, Goldminen haben, hat Polymetal natürlich nur in Russland Minen. Es gibt neue Projekte, es gibt hohe Reserven an Gold und auch die Erzrate ist gut, wie wir gesehen haben. Die Produktionskosten sind sehr günstig und vor allem, was ich besonders wichtig finde, es geht nicht nur um Gold. Man hat hier einen Goldminer plus Industriemetalle und ist damit etwas weniger abhängig von den Launen des Goldpreises. Sowohl hat auch die Aktie einen hohen Free Float, das heißt, es müsste relativ liquide zu handeln sein. Negativ, gut, die Dividendenrendite ist nicht übermäßig für einen Income Investor. Und die Hauptfrage ist jetzt eben, woran liegt es, dass Polymetal niedriger bewertet ist? Liegt es daran, dass Polyus natürlich einen höheren Umsatz hatte? Wir haben gesehen, es ist die Nummer 1 und vielleicht einen besseren Cashflow hat. Also die Zahlen sind hier natürlich deutlich höher. Liegt es daran, dass Polyus die Schulden wahrscheinlich dank dieses Einkommens stärker senken konnte? Liegt es vielleicht aber auch daran, dass Polymetal kein reiner Goldförderer ist? Also damit nur zu einem Teil vom Goldpreis profitieren konnte? Obwohl man natürlich sagen muss, dass der Löwenanteil der geförderten Mineralien durchaus Gold ist. Das heißt, Platinum, Palladium, da ist es nur eine Mine, das sollte eigentlich kein Grund sein. Also wenn diese Aktie nicht irgendwo ein verstecktes Problem hat und die sehe ich jetzt an den Projekten momentan nicht, dann könnte das wirklich ein ziemlich interessanter Kandidat für einen späten Einstieg in den Goldmarkt sein. Aber das müsst ihr euch natürlich selber überlegen. Ich kann nur meine Meinung und ein paar Fakten zusammentragen. Die Entscheidung muss natürlich jeder selber treffen. Wenn euch im Rahmen der Serie zum russischen Aktienmarkt eine der vor am Anfang erwähnten Goldproduzenten besonders interessiert und ich mir den anschauen soll, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Und dann gilt natürlich, für einen YouTuber ist das Silber der Like, den ihr mir da lasst. Und Gold ist, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ich würde mich freuen darauf und verspreche euch, mehr Videos zu liefern für dieses und andere Themen. Bis dann, euer Peter.